Und jetzt sind alle Pferde in den Boxen. Und der Start ist in diesem Moment erfolgt. Bayernlospreis, 2000 Meter liegen vor dem Pferden. Und Sparkling Moon gleich in vorderer Linie, gemeinsam mit Rumtum Tugger. Rumtum Tugger an der Spitze, dann erscheint aus Morning Love, dahinter dann Sparkling Moon mit Aoraki, Lollipop zwischen den Pferden. Am Schluss des Feldes zunächst einmal Music Is Her Name hinter Trust On Me. So geht es durch den ersten Bogen hindurch bei ruhiger Fahrt, vorgelegt von Rumtum Tugger. Auf dem zweiten Platz Morning Love, dann innen Sparkling Moon, weiter außen Aoraki, dann ist es Lollipop an der Innenseite, dahinter Trust On Me und am Schluss des geschlossenen Feldes galoppiert Music Is Her Name. Mitte der Gegenseite wird angesteuert und Rumtum Tugger mit dem Kommando, unverändertes Bild, dann bezieht sie jetzt außen Aoraki. Die zweite Position geht an Morning Love vorbei, die ist dritte, vor dem Favoriten Sparkling Moon, vor Lollipop, vor Trust On Me und vor Music Is Her Name. Das Feld befindet sich Ende der Gegenseite, keine großartigen Positionsveränderungen. Rumtum Tugger zeigt den Weg vor Aoraki, vor Morning Love und vor Sparkling Moon, der innen an vierter Stelle eine gute Position hat. Dahinter ist es dann Trust On Me, vor Lollipop und vor Music Is Her Name. Im Schlussbogen ist das Feld am Scheitelpunkt des Bogens, des langgezogenen Schlussbogens angekommen. Rumtum Tugger mit der Führung vor Aoraki, dann Sparkling Moon, dahinter ist Morning Love bereits in Nöten, dann sieht man Trust On Me, vor Lollipop und vor Music Is Her Name. Und so geht es in die Zielgerade hinein, noch 550 Meter. Sofort attackiert Aoraki, den führenden Rumtum Tugger geht vorbei und nach vorne. Aoraki an der Spitze, versucht sich abzusetzen, aber jetzt tritt dann Sparkling Moon auf den Platz. Aber der muss jetzt ganz schön arbeiten, denn Aoraki ist weg vorne. Aoraki deutlich vorne jetzt vor Sparkling Moon und außen Rumtum Tugger. Aoraki an der 250 Meter Marke deutlich voraus. Sparkling Moon muss kämpfen, dass er da hinkommt. Ganz innen kommt Music Is Her Name angeflogen, aber vorne ist Aoraki. Aoraki ist klar vorne, noch 100 Meter, und dahinter kommt Music Is Her Name in Sparkling Moon. Aber Aoraki auf der Siegerstraße, Aoraki für den Stahl Apfelkorn gewinnt, vor Sparkling Moon, dann ist es dahinter Music Is Her Name, für das Pferd war Lollipop, dahinter dann Rumtum Tugger, Morning Love und schließlich Trust On Me. Musik Is Her Name, Spannende Musik R mutations marca興. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Siegerin Aoraki zahlt 5 Euro auf Sieg, Platzquoten 1,10 Euro und 1 Euro, da gab es genau den Einsatz zurück, die 2er-Wette 4,1 Euro, 6,20 Euro und die 3er-Wette, lohnend bei dieser Konstellation, 50,20 Euro für einen Euro.